Ja, willkommen zurück. Wir optimieren jetzt gerade noch ein bisschen an der Gästezufriedenheit. Oh, du was. Können wir hier nicht noch irgendwas tun? Genau. Hier. Können wir hier einfach zwei Getränkeautomaten hinsetzen? Wir müssen ja zwischendurch eigentlich immer irgendwas stehen. Aber das soll jetzt erst mal das geringere Problem sein. Äh, drei? Nee. Nee, 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 nee. Zwei. Nee, eins. Gut. Wo haben die Leute noch doors? Was? Die gehen da rein. Da stehen sie an den Automaten. Ich bin so groß an. Es wird... Das Getränkeautomaten. Da stehen sie an. Ich komme jetzt an dem Schild nicht vorbei. Okay. Kann man da einfach bewegen? Bildungsinhalt. Wir sollten die Route nochmal abgehen. Wir müssen die Route öffnen. Okay. Wie geht's nach da hin? Ach, guck mal einer an. Wie geht's zum Schnabeltier? Das hab ich auch noch nicht gewusst. Nacktnasen-Wombard. Guck mal einer an. Unkeltier. Blauer Frau. Komm mal hier. Ja, Königspinguin. Einfach der Königspinguin. Gebühr müssen wir auch noch. Mal. Okay. Das ist nicht so... Ich esse so... So suboptimal. Leisten-Krokodil? In Betrieb. Aha. Geht preis-inklusive Gebühr. Wir sagen mal fünf. Okay. Ist klar. Okay. Wir gucken uns das gleich mal an, wie das... Jetzt ist das Ding also aktiv. Okay. Das sollte sich jetzt eigentlich massiv auf die Bildung umschlagen. Oh. Schwier, was los? Äh, Streifenhygiene. Hyäne. Streifenhygiene. Ähm. Nicht Streifen-Skunk. Puh. Also, wir wollen nochmal reinsetzen. Streifenhygiene. Ich nehme mal raus. Definitiv. Heißt eigentlich die Supporter schon? Den... Auch den Gegenpart. Hilft nix. Äh, Risley. Risley. Nee. Ähm. Ich und dich nehme ich raus. Das klingt nach dem Plan. Rokodil-Kalman, wie immer. Die olle Nervensäge. Ähm. Rokodil-Kalman. Wo ist die Doe? Da würde ich dich am Willi-Obad noch. Willi-Obad. Aus. Aus. das kommt das noch gut ja es ist nicht ganz so optimal aber es funktioniert so wie sieht es aus wird es besser ja das wird besser toiletten sind besser hervorragend natürlich kunden gut hier vorne ist auch alles voll wir müssen noch mehr spendendosen einrichten vergesst das immer wenn ihr schon mal da seid ihr könnt ihr was auch einschmeißen überbelegung habe doch einiges rausgenommen sollten wir echt noch mal streifenhygiäne es ist gut das war gleich noch mal gucken das jung ist da hier die tier hier wieder weg sterben das grund war glaube ich hier hinten gut haben wir noch ja Puffrotter brauche ich noch Puffrotter die Hege Biber ist leer Biber ist leer müssen halt nachkaufen Biber amerikanischer Biber mal sagen wir holen uns erstmal noch ein junges Männchen einfach weil es geht na komm na komm na normalisiert sich der Preis wieder äh wir gewinnen okay man nicht noch Biber hier drin gehabt ne bringt sie rein Eisbär Eisbär was war der beim Eisbären Eisbär so du bist da ich brauche noch einen weiblichen Eisbären Eisbären deswegen möchte ich oh Gott dammte Axt ja wir müssen jetzt da echt ein Augenmerk drauf legen so was ist denn damit immer los Sauberkeit ja wo liegt der Arsch dahin kann doch nicht wahr sein Puffrotter Puffrotter sind ja nur weibliche Tiere auch mein männliches Tier noch das wäre eine coole Nummer drei Minuten na haben wir jetzt hier eine Schwelle erreicht wo alles wieder eskaliert aber es rieber stehen immer locker bleiben du hast mein Handelszentrum ins Handelszentrum mit dir danke ich habe zehn Besucher so die Dame ist da haben wir jetzt mittlerweile weiblichen Eisbär gefunden in der Welt ne nur Mänte hier gut bin ich gut gefällt mir geht das ich habe gerade eine Idee beliebig okay was vermehrt sich noch rasend schnell das heißt immer so ein bisschen finanzielle Sachen Ratschnecke ja man Schüttkröte eins bis acht da habe ich gut hauen wir hier noch ein Vivarium hin ich würde hier bald sagen neutrales was geht das geht das wie ich mir das vorstelle ja geht das drehen wir noch ein Stück müssen wir hier noch Strom haben ich glaube das ist das Problem Strom ist ja das geringere Problem ne wir haben keinen Strom aber das ist ja gar kein Problem okay machen wir das eben so hier hauen wir hier mal ein Stück kurz rein okay ähm hallo so Männchen Weibchen erstmals Layout gut das passt sagen jeweils zwei Barmittel verkaufen Priorität Attraktivität Niedrigste zuerst äh Attraktivität Niedrigste zuerst Barmittel verkaufen haben wir haben wir haben wir haben wir sehr schön läuft Sie könnten aber bei dem anderen auch noch die anderen Dinger weg machen so welchen Handelsbereich passt du denn rein wir müssen jetzt besser aufs Geld gucken Drei Vier Ähm Zwei Jo schön mittendrin Und dich Ja zieht noch ein bisschen Leute Gut So Hätten wir uns das geholt Jo Seht die Puffottern Ja ich bin gerne noch ein zweites Schmetterling Jawohl